Kaffee, kennst du? Bei RF Medien trinken wir nur Tee und Wasser. Nein, bei RF Medien trinken wir am meisten Kaffee. Einerseits trinken wir Kaffee, um wach zu bleiben und uns beim Arbeiten konzentrieren zu können. Andererseits hat Kaffee bei RF Medien auch einen sozialen Nutzen. So können wir bei einem Kaffee über aktuelle Themen austauschen und erfahren, was in den anderen Abteilungen gerade so abgeht. Ich nehme also mit, bei RF Medien trinkt man sehr viel Kaffee, um austauschen und sich beim Arbeiten konzentrieren zu können. Darum habe ich bei RF Medien auch gerne Kaffee bekommen. Auf Wiedersehen.